Hallo und herzlich willkommen zur 94. Folge des laufenden Decken-Podcasts. Wenn euch das gefällt, was wir hier tun, dann könnt ihr uns liken, favoren und was ihr sonst noch alles in den wunderbaren Social Medias dieser Welt machen könnt. Ihr könnt uns folgen auf Instagram, Facebook und Twitter. Wenn ihr urcool findet, was wir hier tun, dann könnt ihr uns auch auf Patreon folgen und uns dort Millionen von Euros in den Rachen werfen. Wir werden sie ganz uneigennützig für Bier und sonstige Dinge nutzen. Auch heute möchte ich wieder den wunderschönen Peter begrüßen. Hallo Peter. Ahoi, hoi. Wir haben heute ein, das ist relativ außergewöhnlich für uns, wir haben heute ein Monothema. Und zwar, was haben wir denn für ein Monothema, Peter? Das Innsbruck Elpen Trail Festival 2020, das stattgefunden hat. Spoiler, Spoiler. Das war ja eigentlich lang nicht sicher, dass das überhaupt stattfinden wird. Und wie wir dann noch davor, glaube ich, erfahren haben, ja auch knapp, dass es noch stattgefunden hat. Richtig, weil jetzt, Stand heute, also ein paar Tage danach, ist Innsbruck auf orange in dieser Ampelschaltung geschalten. Und ich habe keine Ahnung, was das für das Festival bedeutet hätte. Aber es hat stattgefunden, das ist das Wichtigste. Ich habe heute gelesen, dass es eigentlich grundsätzlich nichts macht, das ist mehr symbolisch. Aber es gab ja auch verschärfte Veranstaltungsregeln. Und ich glaube, die hätten eher das Problem gebracht, weil die Bestimmungen generell verschärft worden sind. Aber wir wollen uns nicht zu lange damit aufhalten. Wir haben das Rennen wirklich gelaufen und haben angefangen. Und du warst aber schon einen Tag früher in Innsbruck als ich. Warum, wieso, wie ging es dir dabei? Genau. Ich bin bereits Donnerstag nach Innsbruck gekommen, weil ich dort ohnehin arbeitstechnisch schon noch was zu tun hatte. Auf Donnerstag, Nachmittag und am Freitag in der Früh. Und habe dann nach der Arbeit mir gedacht, na, dann schaust du dir mal das Veranstaltungsgelände an. Bin dann dort mal hingepilgert und habe mir den K7 Night Trail, der eben dieser Prolog quasi für alle anderen Dinge ist, angesehen. Habe dort auch gleich direkt den Patrick aus dem Team getroffen mit der Maria und Sohn. Habe dort mit ihm ein paar Kurzintervalle gemacht, weil sein Sohn sehr aktiv war. Weil es war schon lange nach Sperrstunde für ihn und das musste er ausnutzen. Also, und ich habe mir gesagt, du meinst jetzt, du hast Kurzintervalle gemacht, indem du ganz viel ein Glas gehoben hast und es zum Wunder geführt hast. Auch. Also, während dieses Trails, den ich nicht mitlaufen durfte, obwohl ich vorher nochmal nachgefragt habe bei dir und beim Basti und ein herzhaftes, auf keinen Fall mach das ja nicht gehört habe, habe ich gesagt, na gut, dann trinke ich halt Bier. Und dann habe ich halt drei oder dreieinhalb Bier trunken am Donnerstag und habe mir das angeschaut und habe mir einen Läufer angefeuert und bin dann ins Bett. Habe mir vorher schon erkundigt, wo wir parken können und wo diese Expo ist und was man alles braucht während seinem Lauf. Und es war auch ziemlich cool aufgezogen, das war nämlich im Tivoli, also in dieser Olympia World, nennt sie das in Innsbruck. Direkt neben ein Fußballstadion auch. Genau, und ein recht umfangreiches Eventgelände. Also sprich, nicht mitten in der Stadt irgendwo, wo irgendwie tausend Touristen durchgehen, sondern es war halt wirklich, dort waren einfach Läufer, Zuschauer, Ende und 15 Meter vor den Toren eine Covid-19-Durch-Drive-In-Teststation. Ein bisschen komisch, aber soll sein. Ein bisschen ein Wink mit dem Zaunfall. Ja. Entweder kannst du nicht laufen oder du lässt dich testen. Ich glaube, das war so. Wenn du keine Luft mehr kriegst, gehst du dorthin und wenn du keine Luft kriegst, dann stellst du dich beim anderen an. Ja, passt doch eh. Ja, passt doch eh. Und dann am Freitag, dann war ich nochmal arbeiten, dann habe ich mich mit dem Steffen getroffen, zu Mittag. Und wir haben uns gleich mal die Startunterlagen geholt und haben quasi zum Gear-Check hingegangen, weil wir gedacht haben, schau, schau, wenn wir früh da sind, gleich wenn wir aufmachen, da ist noch kein Stau. Ja, falsch gedacht, Würstchen. Wir sind hingekommen und es war schlauern, weil das haben sich offenbar 50 andere auch gedacht. Sie haben nämlich sogar extra in der E-Mail, in der letzten E-Mail, die sie verschickt haben, reingeschrieben, dass man früher kommen soll, weil man eben den Stau, es war bis sieben offen, und sie haben dann so einen Stau ab 17 Uhr, 18 Uhr erwartet. Ja, wie wir dann bei euch erfahren haben, war dann kein Stau mehr, bei uns schon. Ja, und dann sind wir halt getrennt, also dann war dort überall quasi Maskenpflicht, wenn man hingekommen ist. Sie haben wirklich einen sehr ausführlichen Gear-Check gemacht, sprich, ob dein Handy funktioniert, ob es das richtige Handy ist. Sie haben die angerufen, sie haben deine E-Card, deine Bergversicherung, deine Headlamp, die Schuhe, den Rucksack, das Essen. Also sie haben wirklich alles, das erste Hilfeset, alles was aufgeschrieben war, haben sie auch wirklich alles durchkontrolliert. Und erst dann hast du dein Zeug abgeben können, also das Dropback abgeben können und weitermachen können, also sprich, deine Startnummer kriegen und so weiter. Ich glaube, diese Art von Genauigkeit habe ich so bis jetzt nur vom UTMP mitbekommen. Da sind sie nämlich auch sehr penibel, da sind sie, glaube ich, sogar noch penibler, weil du ja teilweise schon die Regenjacken, die du mitnehmen musst, auch genau die Passageülle erfüllt, die du erfüllen musst. Und bei mir haben sie dann sogar extra auf die Schuhe, ich habe mir die Schuhe gezeigt, das war ein Fokus, ich habe extra noch auf die Sohle geschaut, ob die Sohle eh passt. Genau, also bei mir haben sie gesehen, welche Schuhe ich habe und haben näher mal auf die Sohle geschaut, weil das Schuh von oben schon sagt, dass die Sohle passt. Und die Regenjacke haben sie jetzt nicht intensiv kontrolliert, aber wahrscheinlich auch deshalb, weil kein Regen angesagt war, dementsprechend war es jetzt nicht so dramatisch. Ja, es war nicht das bepflichtende, das Material mitzutragen, es stand nur funktionale Laufbekleidung, glaube ich, alles, das man mitnehmen muss, aber nachdem überhaupt kein Regen angesagt war, ganz im Gegenteil, Sonne die ganze Zeit, war es furchtbar, es ist nicht mitnehmen. Ja, und das Gleiche habt ihr dann ja auch gemacht, also wir sind dann in die Unterkunft und haben dann euch abgeholt nach dem Essen und dann haben wir das Gleiche nochmal durchgespielt. Genau, weil der Basti und ich sind am Freitag erst angekommen, was ich eigentlich auch zum ersten Mal gemacht habe und deshalb irgendwie komisch war, weil eben, wie gesagt, das erste Mal und deswegen war es für mich so im Kopf so, eigentlich, dass das Rennen morgen anfängt, weil üblich und deswegen habe ich mich immer wieder daran erinnern können, dass ich eigentlich heute Nacht schon laufe und das ist auch komisch, wenn du dann in der Früh, also am Vormittag, ich bin am 11. von daheim weggefahren zum Basti, sitzt in der U-Bahn und weißt, dass du in der gleichen Nacht noch irgendwie durch Tiroler Berge stapfst und das irgendwie so ein Kontrast von U-Bahn zu Drecke quasi in den Bergen stapfen, fand ich irgendwie witzig. Aber die Fahrt grundsätzlich war ohne Probleme, wir sind nur einmal ganz kurz gestanden am Deutschen Eck, aber sonst war es eigentlich problemlos. Fünf Stunden, glaube ich, waren wir unten und haben dann euch bei der Olympiahalle getroffen, ebenfalls den Check durchgemacht. Was ich positiv erwähnen kann schon jetzt ist, ich habe mir am Vortag beim Backen halt überlegt, weil ich gewusst habe, dass wir ankommen und das ist am Freitag ankommen und dass man wahrscheinlich dann dort keine Zeit mehr hat, um wirklich umzupacken. Deswegen habe ich quasi alle Dinge schon so gepackt, wie ich sie dann am nächsten Tag brauche. Das heißt, ein Dropback-Sackerl mitgenommen, wo ich alle Sachen fürs Dropback reingetan habe, den Rucksack quasi schon gepackt, sodass ich quasi nur noch die einzelnen Bausteine rausnehmen kann und irgendwie benutzen kann quasi. Und das muss ich sagen, hat extrem gut funktioniert bei mir. Ja, ich habe alles in eine große Tasche reingeschmissen, weil ich wusste, beim Gearcheck muss ich sowieso alles rausfischen. Habe mir das quasi zusammengeschustert, was ich gebraucht habe in der Unterkunft, habe das alles mitgenommen und habe es dann erst in unserer Schlafunterkunft quasi dann nochmal fertig gepackt. Aber hatte natürlich wieder viel zu viel mit, also in Innsbruck und habe dann quasi die Hälfte in der Unterkunft lassen, weil ich mir gedacht habe, okay, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Aber besser so als wie beim Wörthersee-Ultra, wo ich die Headlamp zu Hause gelassen habe und dann einen Tag vorher sagen, ha ha, Pflicht aus Rüstung. Ja, okay. Und ich habe im Dropback dann auch mehr mitgehabt, als ich eigentlich gebraucht habe im Endeffekt. Aber das finde ich okay, weil das packst du ja zum Beispiel für Eventualitäten, die hoffentlich nicht eintreffen, wie das, keine Ahnung, wenn du noch mal durch eine Nacht musst, dass du noch einen Stirnlampe mitnimmst oder dass du halt Reserveflaschen mitnimmst oder sowas, die willst du eigentlich eh nicht benutzen. Die ist eigentlich gut, wenn du die wieder mit heimschleppst. Genau. Ich habe ja eine Flasche im Rucksack immer drinnen gehabt, die ich nie gebraucht habe. Ich auch zum Beispiel. Ich habe auch alles in so kleine Plastiksacken rein, die immer Gefriersacken sind, glaube ich, die man oben so zumachen kann, meine Regenjacke und so. Und damit war das auch nochmal, finde ich, kompakt. Und generell der Rucksack, ich meine, es war weniger Pflichtausrüstung, weil so Sachen wie lange Hose und Regenjacke weggefallen sind. Aber es hat sich alles sehr leicht und nicht so vollgepackt angefühlt wie sonst immer. Ja, es war sehr übersichtlich, muss ich auch sagen. Durchs Dropback habe ich natürlich auch weniger Gels und Zeug mitgenommen. Und es war, also auf einen 30-Kilometer-Lauf alleine oder auf einen 40-Kilometer-Lauf alleine hätte ich jetzt auch nicht weniger mitgenommen wahrscheinlich. Außer im Erste-Hilfe-Set. Ja, Erste-Hilfe-Set und vielleicht gibt es schon ein paar Dinge dann daheim. Ich hätte auch keine dritte Flasche mitgenommen und ich habe schon mehr zum Essen. Aber nur Kleinigkeiten alles. Ja, ich hätte auch mehr weniger Essen mitgenommen als jetzt bei dem. Aber es war nicht so schlimm, das ist schon richtig. Also ich habe, ich kenne das schon, schon weitaus vollgepackt und weitaus, wo man dann Dinge noch so reinstopft und dann mal, ja, man sich so wie ein Michelin Mandel mit dem Teil vorkommt, weil das halt so, so alles pompös ist und so. Also das war okay. Aber gut, wir haben, wir haben dann, haben uns dann eh quasi getroffen, haben dann meinen, also unseren Check noch gemacht und sind dann nach Essen gegangen, Pizza essen gegangen. Nein, schon, schon gegen halb sechs oder so, glaube ich. Ja, mit Knoblauchöl. Mit Knoblauchöl, wunderbares Knoblauchöl. Es durfte dann der Rest, der hinter dir gelaufen ist, genießen, dein Knoblauchöl. Dieses Knoblauchöl hat noch viel, viel Freude bei anderen Läufern gesorgt. Richtig. Ja, da hast du teilweise einen stehen lassen, der war nichts von schlechten Eltern. Das kann ich mich noch erinnern. Ich weiß sogar noch, die Kurve, in der es passiert ist, habe ich sogar noch bildlich. Nobody knows. Wir haben dann Pizza gegessen, sind dann wieder in Unterkunft, haben dann entspannt eh das übliche Prozedere versucht zu schlafen. Ich glaube, du hast ganz kurz gedöst, oder? Wir wollten alle schlafen. Ich habe, glaube ich, ein paar Minuten eingedöst. Nur leider wird momentan die Innsbrucker Innenstadt umgebaut und bis halb neun Uhr abends ist vor unserem Fenster ein Bagger auf und ab gefahren und hat gebangert, was total toll ist, weil da kannst du mich genau überhaupt nicht schlafen. Dann habe ich noch ein bisschen an meinem Rucksack herum gedoktert und optimiert. Und um elf war der Start, das heißt, wir haben uns dann zehn nach zehn oder sowas auf den Weg gemacht, sind mit dem Taxi Richtung Olympia, Stadion, Halle, Zeug gefahren. Es gab ja zwei Startwellen, eine um elf, das war die Startwelle A oder der Startblock A und wir waren dann B. Sie haben sich dann quasi separat in diesen Startbereich reingelassen, mussten wir alles mit Maske nur betreten oder durften wir alles mit Maske betreten. Und nochmal ein kurzer Gear-Check. Genau, nochmal ein kurzer Gear-Check, aber der noch sehr rudimentär. Ich glaube, da haben sie nur... Es war Stichproblematik, haben sie nach irgendwas gefragt, also Kopflampe oder Erste-Hilfe-Set oder irgendwas, ob du eh noch alles mithast, was du angegeben hast. Und dann bist du in diesem Startkanal drinnen gewesen und ja, elf vor zehn ging es los. Genau, genau. Und dann sind wir losgelaufen in die Innsbrucker Nacht hinein und haben uns auf ein Abenteuer von 103 Kilometer aufgemacht. Genau. Also ich meine, am Anfang war es ja relativ unspektakulär, würde ich sagen. Also wir sind da irgendwie entlang gelaufen, so dunkel, kann man mich jetzt ehrlich so genannt. Wo wir da vorbeigelaufen sind, weiß man nicht. Naja, wir sind einmal Berg Isel-Schanze vorbeigelaufen und dann Richtung Siel-Schlucht gelaufen. Genau. Richtung ÖMTC. Also der ÖMTC ist normalerweise so ein Fixpunkt als Labestation. Der ist normalerweise am Ende. Und nachdem sie aber die Route ja umgedreht haben, weil anderer Startpunkt und so weiter, war es halt ganz am Anfang. Und da sind wir in einem, nennen wir es mal, so einem guten Zug dahin gelaufen. Bei uns war als erstes vorne eine Schweizerin, die war die SBB-Führungslok und hintendran sind halt zwölf bis 15 Personen so in den Waggons gesessen. Und wir haben die Juju-Bahn bergauf gemacht. Richtig. Und ich meine, die erste Labestation war bei Kilometer 17. Das war in Telfes. Telfes. Die war ja schon relativ weit weg. Und irgendwann dazwischen, da sind wir in diesem Zug drinnen gewesen, Richtung ÖMTC. Da haben der Basti und ich schon das erste Mal quasi ausgetreten. Weil ihr seid da irgendwie quasi hinter jemandem festgesteckt, aber habt ihr auch irgendwie nicht die Motivation gehabt, zu überholen. Und irgendwie da hat es bei dir schon langsam angefangen mit, hey, das ist ein Ticken zu schnell. Ja, also ich habe das Gefühl gehabt, beim Basti kenne ich es schon besser, weil ich so lange Dinge schon öfters mit ihm gelaufen bin. Und ich meine, dass du dazu tentierst, zu schnell wegzulaufen, ist ja auch ein offenes Geheimnis. What? No. What, what, what? What, what, what? Und ich weiß nicht. Ich meine, ich habe mich mit einer längeren Zeit, und da werden wir sicher noch darauf zu sprechen kommen, nicht das Optimalgefühl. Aber für mein Gefühl, es war schon ein Tempo, dass man gehen kann, aber für mein Gefühl war es kein Tempo, dass man 104 Kilometer lang gehen kann oder sollte. Also mir kam es halt einen Zacken zu schnell vor. Der Steffen hat da ähnliche Besorgnis geäußert. Und deswegen sind wir dann einfach hinter der, also haben die ja nicht bedrängt. Abgesehen davon war das halt auch ein relativ schmaler Single-Trail. Ja. Und ich finde das dann auch immer, also ich persönlich mag das nicht, wenn da ständig hinter mir herläuft und dann so einen Druck macht, wissentlich, dass du eh nicht gescheit vorbeikommst. Es gibt dann oft so Single-Trails, wo du an der Seite ein bisschen Wiese hast, wo es dann eh geht, dann kannst du da ein bisschen zur Seite gehen und der läuft links vorbei. Aber das war so ein Weg, wo es schwer möglich war, wo der Stehen hätte bleiben müssen. Und so tragisch war es, so tragisch langsam war es jetzt auch nicht, wie wir da hingelaufen sind. Nein, ihr wart genau am Winkelpause hinter uns. Ja, also genau. Aber ich wollte halt dann, dann habe ich halt auch meine Vermutung geäußert, weil ich ja vom letzten, wie wir schon im letzten Jahr kennen bei Mutti und B, dass auch dieser Tag in Bastis DNA steckt, durchaus ambitioniert loszulegen und dann irgendwo bei Kilometer 70 kolossal einzubrechen. Und dem wollte ich halt, wie soll ich sagen, auf das wollte ich hinweisen, damit dieselben Fehler nicht nochmal begangen werden. Ja, verstehe. Aber wir sind dann eigentlich recht gemütlich, aber schön bis zu dieser ersten Labestation kommen. Und wie ich auch finde, eben nach wie vor noch nicht unflott. Also ich habe dann als Strategie quasi auf meiner Uhr drei Ziffernblätter gehabt und das erste Ziffernblatt war immer rundenbasiert. Das heißt, ich hatte da Anstieg, Abstieg, Distanz und Zeit und ich glaube auch die Leistung, also die Wartleistung. Dann einen Tiefenblatt mit nur Anstieg und Abstieg gesamt und auf welcher Höhe wir gerade quasi sind. Und ein letztes Blatt, das ist dasselbe Datum, das erste Blatt, nur für die gesamte Aktivität quasi. Ja. Und ich habe ja dann immer, wenn ich aus der Labestation rausgelaufen bin, quasi die Rundentaste gedrückt, um so wieder von vorne anzufangen. Quasi vorher geschaut, wie viele Kilometer sind es zunächst, auf die Rundentaste gedrückt und so habe ich immer quasi bei Null angefangen. Und ich kann mich erinnern, dass ich mich abgedrückt habe, quasi in Telfs, haben wir einen 8,20er Schnitt gehabt. Ja, also die Result-Zeiten sagen, wir sind 1 Stunde 33 unterwegs gewesen mit einem 8,10er Schnitt. Das war wahrscheinlich der Einlauf dort. Und das jetzt für quasi 100 Kilometer. Es waren noch ein paar Höhenmeter dabei. Es waren sicher 400 Höhenmeter dabei oder so. Kann sein, ja. Und fand ich nicht so langsam, muss ich ehrlich sagen. Also war jetzt nicht dann übermäßig schnell, aber war auch nicht, dass man irgendwie gedrödelt hätte. Ja, und dort waren wir relativ kurz in der Lage. Wir waren da ungefähr, dass man eine Idee hat, Gesamtstarter waren glaube ich 240 und wir waren da ungefähr bei, wir waren, Moment, ich schaue gerade, 119er. Also sprich, 119, 120 war unser Platz, ungefähr dort. Und dann ist es raufgegangen auf die Muttereralm. Also das war dann der erste große Anspiel. Genau, bevor du aber noch dazu kommst. Wir sind, was ich noch sagen wollte, wir sind halt auch im Stadtblock B, der im Tempo später geschaut ist, waren wir quasi fast ganz hinten. Also wir haben uns da echt nicht in die Meute nach vorne geschmissen. Und was ich auch noch sagen wollte, in Delpstein, wie man aus der Labelstation raus, also ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass der Magen jetzt nicht so ganz leibernd ist oder nicht so ganz da ist, wie er irgendwie sein sollte. Und bin dann dort aufs WC abgebogen. Mein Ruf eilt mir voraus und jeder, der schon mehr als zweimal mitgelaufen ist, weiß, wie gern ich während des Laufens aufs Klo gehe und auch mal auf die große Seite muss. Aber so früh war dann doch relativ ungewöhnlich und auch der, wie sagt man das jetzt so, dass das keinem wirklich graust, aber auch der Output war ein bisschen flüssiger. Es war ein liquider Output. Richtig. Da kann sich jetzt jedem was drunter vorstellen und keinen graust. Richtig. Und was mir, also dann auch vor allem im Nachhinein mir gedacht hat, was mir schon gezeigt hat, dass entweder wir die Pizza irgendwie nicht so hundertprozentig vertragen, ich habe danach auch dein Gummizeug und danach habe ich dann auch irgendwann denken müssen. Ah, stimmt. gegessen, da stand auch drauf, dass man ab fünf, glaube ich, dass das irgendwie abführend wirken kann. Gut, dass ich zwanzig gegessen habe. Ja, und auch noch eine Output-Vorrede, also ich weiß nicht, in Zwilgeister oder irgendwas, irgendwas hat da im Magen nicht passt und ich habe normalerweise, wenn ich so Ultras anfange, bin ich die ersten Kilometer euphorisch. Da wünsche ich mir, ich wäre nirgendwo anders am liebsten nur da und es ist alles so geil und wir laufen und was das für ein Privileg quasi ist, dass wir das laufen dürfen. Und das war auch so ein Zeichen für mich, dass diese Euphorie ist überhaupt nicht aufgekommen bei mir. Also es war so mehr so ein, es war kein Krampf, kein hundertprozentiger Krampf, aber es war auch kein Genuss. Ich weiß nicht, ob du das nicht so rüber, aber es war so, äh. Es war halt. Ja, genau. Das wollte ich nur vorausschicken, bevor wir da jetzt Richtung Mutteralm weiterlaufen quasi. Ja, aber wir sind dann quasi aus der Labestation raus und haben dann den ersten Anstieg gemacht auf die Mutteralm, die ist, wenn ich mich nicht ganz täusche, so auf 1600 irgendwas Metern oben, also du hast durch den Wald gegangen und dort ist man schon ein bisschen draufgekommen, wie sie die Strecke angelegt haben, auf keinen Forststraßen, sondern sie haben wirklich geschaut, dass es immer an den Forststraßen vorbeigeht über, über Trails, was ich ziemlich geil gefunden habe. Und bis zur Mutteralm war es meines Erachtens noch sehr unspektakulär. Ich weiß nicht, wie es das du erledigt hast. Ja, ich habe jetzt davor schon drüber nachgedacht, ich kann mich an den Anstieg gar nicht mehr erinnern. Ich meine, es war dunkel, haha, war mitten in der Nacht. Das war irgendwie bei um morgens. Ja, ich habe vor meinem geistigen Auge kein Bild von der Mutteralm. Also von der Mutteralm selber, das war das, wo wir an diesem See vorbeigelaufen sind, an diesem Speichersee. Da waren irgendwelche so, wie nennt man die Teile, wo man sie hinlegt, aus Holz, diese Pritschen. Ja, 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 da war ich dann halt auch schon sehr mit mir selbst beschäftigt und mit meiner fehlenden Euphorie. Ich weiß nicht, da habe ich gar keine Großartigrim. Ich weiß nicht, dass wir da rauf sind. Das war doch, dass ihr seid mal immer ein bisschen voraus und ich bin dann meistens da hinten getrabt. Das habe ich dann auch gebraucht, weil ich dann so ein bisschen quasi mit mir sein wollte und mich da selbst ein bisschen bemitleiden wollte. Ja, es war bis Kilometer 25 und das war eben sehr komisch, weil es sehr früh war. Ja, ich meine, es hat sich dann im Endeffekt ja auch noch viel weiter irgendwie zart, wenn man das so sagen kann. Aber ja, es war irgendwie, ja, wir sind dann halt weiter und ich, auch da, eigentlich so vom Tempo her war es ja okay. Ich meine, ich war zu einem halben Zacken schneller als ich, aber ich habe dann halt immer so ein, zwei Minuten gefühlt jetzt auf mich, auf mich dann gewartet bei irgendwelchen wichtigen Punkten. Also, ich meine, ich habe dann das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen aufhalte, aber auch wahrscheinlich nicht ganz so krass. Nein, also es war nicht schlimm. Ja, auf alle Fälle bei der Mutterrollen waren wir nach drei Stunden, also ja, um zwei Uhr morgens. Nein, um drei Uhr morgens, so, nach vier Stunden waren wir dort. Und da hat man schon gemerkt, es war ein Anstieg, weil da haben wir braucht im Schnitt 11,58. Ja. Das war halt bergauf. Und dann, nach der Mutterralm, ist es relativ, nennen wir es mal, eben da hingegangen ein Stück. Und dann runter zu dieser, nach Birgitz, 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 also sprich, das erste Mal raus aus dem Wald, dann war quasi der erste Hügel oder Berg erledigt ist. Und der Downhill dort runter, da ist es dem Steffen und dem Basti richtig, richtig, richtig gut gegangen. Und da haben die zwei es ein bisschen krauchen gelassen und sind einmal davongelaufen. Da habe ich schon gemerkt, hm, der Flo ist heute aber kein Springflo. Der ist jetzt nicht so gut beieinander. Mal schauen. Und dann bin ich mit dir hinten mitgelaufen und habe gedacht, ich würde jetzt nicht einer Lahn hinten lassen, ist scheiße. Passt schon. Die warten ja sowieso auf uns bei der nächsten Labestation. Darum ist dann, glaube ich, auch, das war so einer der wenigen Dinge, wo wir sich ein bisschen länger gewartet haben, weil wir gekommen sind, sind sie noch so gesessen. Aber grundsätzlich war das ja dann, also, es war auch nichts, ja, es war dann okay. Ich meine, wir sind halt gemütlich runter, haben halt geschwatzt und war ja sonst eigentlich ganz nett. Aber es war halt, ja, es war halt nur irgendwie so von meiner Euphorie her, war es halt nur ganz nett. Das war nicht so dieses, ich erinnere mich an Israel zum Beispiel, da sind wir über so einen Berg drüber, über der Baumgrenze. Da hat es gestürmt, da hat es gewindet. Also da war, alle äußeren Umstände sagen dir, dass es eigentlich nicht angenehm ist, da zu sein. Und ich kann mich erinnern, wie ich in die Nacht reingeschrieben habe, dass es so geil ist, dass ich jetzt da bin. Und das, es war halt nett. Also nicht wegen dir, dass es nur nett war, aber von meiner Stimmung her einfach war es, ja, nur nett. Irgendwie so, ja, joe. Es war halt so, okay. Und dann sind wir halt dann nach Birgitz runter, da war ich dann nochmal am Klo, mit ähnlichem liquiden Content. Ja. Und dann war es, glaube ich, so, dann sind wir ja da runter, Richtung... Kranebitten und Imthal. Genau, genau. Und da war es dann, da war ich, glaube ich, da haben dann alle gespürt, dass ich etwas mürrisch bin. Ja, ich meine, das war auch nicht schön. Das ist der erste Teil, der nicht schön war, weil es ist, die Sonne ist aufgegangen gerade, oder? Nein, die Sonne ist noch nicht aufgegangen, aber es ist hell geworden. Nein, 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 nein. So, morgens ungefähr? Nein, 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 nein. Doch, 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 doch. Hell worden ist es dann beim Aufstieg zum Höttinger Bild. Höttinger Bild ist es ganz hell worden, aber wir waren in Kranebitten um 5.45 Uhr. Ja, aber der hell worden ist es dann eine Stunde später. Ja, ist ja okay. Okay, okay, es war noch finster. Aber auf alle Fälle waren es im Endeffekt Forststraßen, leicht abschüssig plus Asphalt, weil du bist dann halt raus aus dem Wald und hast müssen durch dieses Birgitz und Richtung Kranebitten rüberlaufen. Das war so mäßig geil, aber wir haben gewusst, das dauert nicht ewig. Und dann ist es eben der zweite Anstieg gewesen und das war der zum Höttinger Bild und der war schon recht knackig. Ja, der war auch im Wald und der war halt irgendwie, der war halt geschissen. Das kann man halt auch nicht anders sagen und das war jetzt nicht nur meine Meinung, dessen Tag bis jetzt nicht war. Da haben dann auch der Basti und der Steffen so ein bisschen, ich will nicht sagen gelitten, aber es hat sich ein bisschen angefeuert, habe ich das Gefühl gehabt. Also, naja, der Anstieg war relativ steil, ich habe den aber ganz cool in Erinnerung eigentlich und dann warst du halt quasi oben, also es ist schon immer bergauf gegangen, aber nicht mehr so ganz so steil und dann bist du an diesem Hang entlang ein paar Kilometer gelaufen und das hat dem Basti wahrscheinlich ein bisschen das Knie lediert, weil du bist halt immer auf dieser Schräge gelaufen. Es war ein Singletrail immer hintereinander und ein Fuß im Endeffekt immer höher als der andere. Und ich habe den Abschnitt super cool gefunden dann oben entlang, bis auf dieses eine Obstacle in der Mitte, wo ein Baum umgefallen ist, oder eigentlich waren es zwei und wir waren jetzt am Zug wieder, weil nach jeder Labestation hat sich das wieder so gebildet, dass wir so ein Grüppchen waren. Und die Ersten, die zu diesem Baum hingekommen sind von unserer Gruppe, haben den dümmstmöglichen Weg gewählt, weil sie sich gedacht haben, das ist der Kürzeste. Dass an dieser Stelle der Baum am höchsten war und sie nicht drunter gekommen sind und drüber offenbar auch nicht gescheit und der zweite Baum ja davor gelegen ist, das haben sie einmal gefließendlich ignoriert. Und dann habe ich mir das irgendwie eine Minute angeschaut und habe mir gedacht, ja, Fick, Sackreiste, bin ich, also ich bin jetzt eigentlich gut drauf, ich habe jetzt echt keinen Bock, mir dieses Drama da anzuschauen und bin irgendwie 20 Meter den Wald hinaufgestiefelt, bin oben über den Baum drüber gestiegen, weil dort oben war er nämlich irgendwie nicht einmal Knie hoch und bin halt hinten wieder runtergelaufen. und habe mir gedacht, naja, das nächste ist eh die Dropback-Station, da sind wir eh länger. Ich laufe jetzt einmal mein Tempo, weil es mir gerade gut geht und ich weiß, da kommt ein Downhill, auf den freue ich mich schon. Und habe dann, glaube ich, bis zum Dropback 15 Leute überholt oder irgendwas in die Richtung. Also, dass da die Zwischenzeiten sagen, dass ich bei Granebitten 111. war und beim Höttinger Bild 98. Das ist offenbar, dieser Downhill, ich habe es bemerkt, habe es noch nicht so mitgekriegt, dass da wirklich die Leute auf die Seite gegangen sind und dann mich vorbeilassen haben, dann bin ich durch und gut war es. Und war dann glücklich und zufrieden nach diesem Downhill beim Dropback-Stand. Ja, meine Wahrnehmung war da etwas eine andere. Bis zu dem besagten Baum, wo du dann drüber bist, war es der hinter mir. Ich kann mich erinnern, dass Musik hört und wir haben uns quasi da so gemeinsam raufgearbeitet, weil bergauf ist eigentlich den ganzen Tag relativ gut gegangen. Nicht so ganz locker wie sonst, aber bergauf habe ich eigentlich nie so das Problem gehabt, wie bergauf habe ich es gefunden. Das heißt, du warst hinter mir und wir haben uns da irgendwie raufgestapft, dann bist du überholt wie so ein Berserker. Mir ist das dann meistens blöd. Ich habe mich halt dann gewartet, bis die halt durch sind und bin da halt dann hinterher. Und das war halt so die Phase, wo es mich dann halt richtig angefuckt hat, wo ich mir dachte, was tue ich mir da an? Ich bin 50 Kilometer, also dann fast 50 Kilometer unterwegs. Es muss das Ganze nochmal laufen. Es zahlt mich nicht. Was mache ich da eigentlich? Ich bin mir, ich bin hungrig. Ich will zu meiner Mama, ich weiß es nicht. Ich war mit mir und der Welt äußerst unzufrieden. Okay, das heißt, wir haben genau entgegengesetzte Emotionen gehabt zu dem Zeitpunkt. Und dann war der Downhill, was ich mich erinnern kann, auch noch relativ steil. Ja. Wirklich steil und halt sehr wurzelig. Was jetzt natürlich auch nicht meine absolute Lieblingsdisziplin ist oder so wie du, da geht das Herz auf, wenn du da runter schaust, je steiler das du besser und dann tänzelst du da runter. So ist es ja bei mir nicht. Bei mir braucht es eine Konzentration. Und wenn ich dann noch so einen leichten, leichten Negativ-Gedanken habe, ist diese Stimmung natürlich nicht förderlich. Und so habe ich dann natürlich angefangen, mit mir zu diskutieren. Warum mache ich das eigentlich? Ich kann es ja gleich sein lassen. Irgendwann habe ich das Gefühl gehabt, ihr seid sowieso schon seit gefühlten halben Stunde dort. Ihr seid wahrscheinlich schon weitergelaufen. Also ich dachte, der Depp kommt eh nie. Dann höre ich irgendwann auf und komme nicht ins Zimmer und muss den ganzen Tag in Innsbruck im Café sitzen, weil der Steffen den Schlüssel für die Unterkunft hatte. Im Nachhinein, es waren eh abstruse Gedanken, aber das sind halt die Dinge, die dir irgendwie durch den Kopf gehen. Und wenn du halt nur mit, wenn du halt mit dich zum Reden hast, kommt halt immer Schaust dabei raus. Ja. Ja, ist richtig. Und habe mich da halt irgendwie durchgequält durch dieses Stück und ich habe es echt satt gehabt. Ich habe echt nicht mehr, es war nicht so, ich habe echt nicht mehr Wollen einfach. Das war, mental war Schicht im Schacht, wie man so schön sagt. Wobei lustig ist, dass der Steffen und der Basti den Downhill auch Scheiße gefunden haben. Die haben den auch nicht mögen. Und ihr Satz, ich schätze einmal, der Steffen war 30 Sekunden vor dem Basti und du warst irgendwie auch irgendwie 30, 40 Sekunden dahinter. Das war jetzt dann echt nicht weit. Ja, also Basti hat mir gesagt, dass er seit vier, fünf Minuten schon da war. Ach so, das kann auch sein. Vielleicht kann ich es übersehen. Nicht lang auf jeden Fall. Nein, es war nicht lang. Und das habe ich dann schon gedacht, okay, das war es wenigstens nicht nur mein Eindruck. Dass dir das taugt, das war mir sowieso klar. Und dass du, gerade wenn es bei den Techniken downhills geht, dass du dann sowieso schneller bist als jeder von uns zusammen, war mir auch klar. Und du bist halt rein in dieses, in dieses, in dieses Höttinger Bild und war ein Dropback und ich habe halt einmal mein Dropback holen und mich hingesetzt und war irgendwie emotional am Ende. Ich habe erst einmal zumindest innerlich meine Emotionen freien Lauf gelassen und meine Enttäuschung über meine Performance irgendwie Ausdruck verliehen. Damit es keiner sieht, habe ich mir, glaube ich, einen Puff drüber gezogen und habe mir gedacht, ich muss irgendwas, irgendwas muss ich machen. Und habe mir gedacht, also einen wirklichen Grund habe ich aber auch nicht gehabt, um aufzuhören, weil einfach nur das Lustlosigkeit aufhören ist halt auch irgendwie ein recht magerer Grund aufzuhören. Ja, wir haben zu dir gesagt, wenn es da körperlich, wenn es nicht mehr geht, ist in Ordnung. Wenn es im Kopf nicht geht, dreht man dir ins Ziel. Richtig. Und ich habe aber, da habe ich mir gedacht, wie finde ich jetzt einen Grund, um vielleicht doch aufzuhören. Aber eine sichere Bank ist, ich rufe einfach meine Freundin an, die wird sich schon ein bisschen Sorgen machen um mich und wird mir schon sagen, dass es eh nicht so schlimm ist und ich kann ja eh aufhören, wenn ich quasi nicht mehr kann. Und habe also Telefon rausgeholt und habe sie angerufen und habe ihr halt erzählt, was Sache ist. Und entgegen meiner Erwartung hat sie gesagt, naja, wenn es eh noch keine Lust ist, dann kannst du noch weiterlaufen, weil nur weil jetzt die anderen schneller sind, brauchst du ja nicht aufhören. Und wenn ich etwas körperlich hätte, also wenn es wehtut oder wenn ich irgendwelche Schmerzen habe, dann soll ich schon aufhören, aber wenn es jetzt nur die Lustlosigkeit ist, soll ich zumindest bis zur nächsten Labestation laufen und nicht da jetzt einfach aufhören, wie so ein kleines, weinerliches Mädchen, das du jetzt bist. Also ich hätte es hinzugefügt, aber das war so die, das ist so die Nachricht, die bei mir angekommen ist. Und dann habe ich gedacht, super, jetzt suchst du Bestätigung dafür, dass du da den Scheiß sein lassen kannst und dann kriegst du nur einen Tritt in den Arsch, dass du dich weiterbewegen sollst. Ja, habe ich gedacht, hat es ja eh nicht zu Unrecht und dann habe ich gedacht, ja, wir haben genügend Zeit, wir waren jetzt nicht die Allerschnellsten, aber wir haben ein sicheren Polster gehabt, dass man jetzt sich da auch kurz einmal hinsetzt und das Ganze ein bisschen sacken lässt und ein bisschen halt Energie zu sich nimmt in Form von Essen, weil bergab habe ich dann auch zugegeben, außen wenig gegessen, weil ich halt angefressen war und eigentlich nur noch in die Labestation wollte. Habe dann gegessen, habe auch Red Bull trunken. Dann hat mich meine Freundin nochmal angerufen und habe gesagt, sie hat sich jetzt das Höhenprofil nochmal angeschaut. Es kommt ja eh nur noch ein großer Anstieg. Das ist ja jetzt eh nicht mehr so wild quasi. Ich soll es einfach noch probieren. Es ist ja eh quasi, so nach dem Motto, schlimm ist nichts, gleich ist eh vorbei. Geilste Aussage ever. Sie hat natürlich nicht gewusst, was noch bei dem einen Anstieg auf uns wartet, aber dazu später. Eh nur ein kleiner Anstieg. Ja, sie hat halt nicht gewusst, was der Batscher Kofl so drauf hat. Aber dann habe ich schon gedacht, eigentlich hat es recht, du hast dazwischen auch schon gesagt, stelle dich nicht so an, bis zur nächsten Lage geht es, es waren eben elf Kilometer. Dann habe ich mir gedacht, okay, habt es recht. Habe halt eben gegessen, Sachen gepackt, neue Gels aufmagaziniert, weil ich auch vorher die, weiß ich nicht, ich habe die, so Riegel gehabt am Anfang sind die zwar ganz lecker, aber irgendwie nach der Zeit esse ich die einfach nicht mehr und habe dann halt quasi gesagt, okay, das mit den Riegel funktioniert offensichtlich nicht mehr. Ich habe mir nämlich gedacht, wenn ich Riegel und Gel eb, dass man vielleicht von den Gels nicht so satt esse und ein bisschen Abwechseln reinbringt. Aber ich habe im Endeffekt eh nur die Gels genommen und die Riegel einfach sein lassen. Deswegen habe ich die ganze Riegel weg dann, alles mit Gels aufmagaziniert und habe mir gedacht, probieren wir mal einen Neustart und fangen wir einfach neu an und schauen mal, was rauskommt und hören wir auf zum Weinen. Ja, und der Rest, also ich muss sagen, essenstechnisch habe ich noch nie so viel gegessen wie bei dem Lauf. Ich habe, glaube ich, bei jeder Labestation Laugen, Stangerl gegessen und Tomaten und Gurken und Essiggurken und Oliven. Das war super, muss ich sagen. Das hat auch gut funktioniert. Und in dieser Labestation ist ja noch eine zweite Geschichte passiert, die ich sehr ausführlich mitgekriegt habe, weil ich bin ja dort gewesen und habe schon Zähne geputzt und mich umzogen und alles fertig gehabt. Und dann ist ja der Steffen und da war sie eingelaufen. Da habe ich irgendwie eine Viertelstunde Zeit gehabt schon und war quasi fertig. Und dann kommt der Steffen und sucht sein Dropback und findet es nicht und findet es nicht. Er sagt, grünes Dropback letztes Jahr, boah, ist nicht da, scheiße. Und dann hat man gemerkt, er ist wirklich sauer und dann hat er das drei oder vier Mal alles durchgesucht. Dann haben wir schon gemeinsam gesucht, dann haben wir uns die Dropbacks angeschaut, die die Leute schon wieder abgeben haben, ob es schon irgendwer dort reingeschmissen hat. Dann haben wir den Typen von dort geholt. Nein, das Dropback ist nicht da. Er hat gesagt, hey, ist irgendwas Wichtiges drin, was du jetzt unbedingt brauchst. Vielleicht habe ich es da. Nein, geht schon. Ist Richtung Labestation rüber, gestapft, hat die Stecken in die Ecken gebixt, vor lauter Zorn. War super unentspannt. Hat dann was gegessen, dann hat er sich irgendwie wieder eingekriegt, aber er war halt nicht zufrieden, damit, dass sein Dropback nicht da ist. Ja, der Basti und ich haben halt uns fertig gemacht und dann haben wir dich auch mitgenommen und dann sind wir gemeinschaftlich Richtung Romendi wird gestiefelt. Ja, genau. Und da war dann für mich so ein Schalter umgelegt. Auf einmal war ich gut drauf, auf einmal hat es Spaß gemacht und auf einmal war ich wieder da. Da ist auch schon die Sonne dann quasi komplett aufgegangen, da war es schon irgendwie sieben oder so, kurz nach sieben. Ja, heute im April waren wir um 6.51 Uhr ungefähr und am Romendi wird um 9 Uhr, das heißt so in dem Dreh. Dann habe ich auch wieder quasi leichte Anstiege wirklich locker rauflaufen können, und da haben wir gedacht, so muss das sein, so muss das sein. Ja, da war es weiter Frühling, das haben wir da echt angemerkt. Da hat es wieder Spaß, da war ich wieder dabei. Und da kurz nach dem Hettinger-Bild, das was du vorher steil runtergelaufen bist, hast du dann nochmal raufgelaufen, da war dann irgendwie komisch, da habe ich plötzlich weniger gesehen oder Teil haben so gelblich ausgeschaut, das war irgendwie ganz strange. Angeblich habe ich dir das gesagt, was ich mich nach wie vor überhaupt nicht erinnern kann. Ja. Ich habe mir gedacht, ich sage es lieber keinem, weil sonst nimmt mich dann doch irgendwer aus dem Rennen raus. Nein, ich war neben dir und du hast gesagt, nein, das ist alles komisch und ja, ich habe mir gedacht, ja, das würde schon passen. Überhaupt nicht erinnern. Da habe ich nur noch gelrein, mir reingezogen und dann ist eh mehr gegangen, keine Ahnung. Amüsant ist, dass wir auch hier wieder, das ist uns eigentlich das ganze Rennen lang passiert. Ich habe mich jetzt die Zwischenzeiten und die Plätze angeschaut. Krane Bitten, 111er, Höttinger Bild, 98, Verlassen vom Höttinger Bild, 108er, Romendi wird einlaufen, 98. Wir haben immer in den Labestationen quasi länger gebraucht wie alle anderen, weil wir zusammen gewartet haben und Sachen gemacht haben und am Weg haben wir dann alle Leute, die uns überholt und wieder zurück überholt. Das haben wir irgendwie drei oder viermal gemacht. Genau, aber da ging es dann eigentlich allen relativ gut und da ging es auch meistens dann bergab und kann ich auch nicht mehr ganz so genau reden, aber das war relativ unspektakulier. Ja, es ist so ein bisschen dahin gewellt, der Steffen hat vorher noch gesagt, das wird ein blöder Streckenteil, weil er hat ihn vom letzten Jahr gekannt, nur in die andere Richtung und da ist er dahin gewellt und immer ein bisschen bergauf und deswegen war er offenbar blöd und das Mal war es halt leicht abschüssig und das war okay. Es war jetzt nicht spektakulär, aber es war okay. Da kann ich mich erinnern, ich kann mich doch erinnern, da bin ich im Downhill, bin ich da wahnsinnig in einen Flow reingekommen und da ist auch dir wieder mal einer abgegangen und auch der Basti und ich war zwar wie immer Downhill-mäßig der Letzte, aber nicht mehr mit so viel Abstand, ich kann mich erinnern, da bin ich runter gedänzelt und habe mir gedacht, ah geil, weil ich habe ja die Podcaster vorher darüber gesprochen, dass ich irgendwie mich sicherer fühle beim Downhill und dieses Gefühl habe ich da wieder gehabt, dass ich da runter tänzle und das kann ich erinnern, das hat mir wahnsinnig gedauert. Und dann sind wir heute diesem Romendi-Wirt hin, da ist dann Sir Steffen auch aufs stille Örtchen gegangen, weil dort gab es ja auch ordentliches Porzellan, auf den man sich setzen konnte. Weil der Herr Doktor geht nur aufs Porzellan. Natürlich, dem ist ein Dixi ja zuwider. Richtig. Zuwider und zu nieder. Richtig. Ja, dort habe ich dann auch nochmal meine Freundin angerufen und ihr gesagt, dass es mir jetzt gut geht und da war es erleichtert und dann hat es sich quasi gewusst, hat es mir nachher gesagt, dass dann wird es mit dem Zieleinlauf auch klappen. Ja, und dann sind wir Richtung Hall, das war dann ja eigentlich der unspektakulärste Teil, weil du bist nach Hall eben wieder an Feldern vorbei, Forststraße, heiß war es, wir sind in der Sonne gelaufen und dann eben durch die Haller Altstadt. Ja. War okay. Also war jetzt dann, ja, war halt. Hast du halt machen müssen, damit du quasi wieder auf die andere Seite vom Tal kommst, damit du halt dann auf den Berg rauf kommst. Genau, und dann im Endeffekt, ab da gab es ja dann nur mehr einen Anstieg. Da soll man sich nicht so blöd tun. Also im Endeffekt ging es bergauf Richtung Herdsee oder um es mit den gewählten Worten des Doktors zu sagen, dem Fick Herdsee. Da war nämlich, das war nämlich dann die, 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 die Phase, wo, wo du beim Steffen gemerkt hast, dass, dass er schon langsam nicht mehr ganz so rund ist und auch, wo der Baste dann mit dem Knie die Probleme gekriegt hat. Genau, also weil das ist, der ist eben raufgegangen auf, ich glaube, auf knappe 1000 Höhenmeter. 800 oder so irgendwas ist der Herze. Genau, also da ist von 590 oder 580 eben da draufgegangen, das war der erste Berg- oder Hügelrücken im Endeffekt, bevor du Richtung Patschakofel bist und da bei dem beim Herdsee, da haben wir dann wieder zusammen gewartet, weil mir ist es davor wieder super cool gegangen und ich bin halt durch diesen Wald durchgestiefelt und habe mir gedacht, okay, ihr drei seid es eh zusammen, in Basti geht es nicht mehr so gut, in Steffen geht es nicht mehr so gut, du bist eh bei ihnen, dann ist es wurscht, wenn ich ein bisschen vorlaufe und da habe mir gedacht, dann warte ich bei der Labestation und habe mich dort einmal hingepflanzt und habe gegessen und ein bisschen trotscht und dann hat sie eh schon eingeritten und an der Stelle ist es glaube ich in Basti am schlechtesten gegangen. Ja, da war er dann auch relativ fertig, einerseits wegen dem Knie, er glaubt, das war irgendwie die Batella-Szene oder so, dass die leicht gereizt, entzunden, was auch immer ist und das hat er vor allem bergauf gemerkt, das sollte dann im nächsten Abschied noch eine entscheidende Rolle spielen, das bergauf, und bergab ist es gegangen und ja, generell war er halt sehr unruhend, er hat, es ist ihm halt bis dahin wirklich fantastisch gegangen, er hat am Anfang halt sehr gedrückt und wir haben ihn halt immer ein bisschen zurückhalten müssen, aber er hat sich einfach unschlagbar gefühlt quasi, hat ja auch relativ viel trainiert, hat relativ gut trainiert, hat ja auch wirklich Mordsläufe rausgehauen dieses Jahr. der hat im Endeffekt die beste Vorbereitung von uns alle gehabt, glaube ich. Um dann doch wieder quasi bei 70 Kilometer so einen Tief zu haben, ich glaube, das war halt, das hat er dann halt auch, ich kann es jetzt nicht sagen, aber gefühlt, an seiner Stelle hat er mich das vielleicht auch ein bisschen gergert. Ich glaube, er hat sich das auch gedacht, dass er sich gedacht hat, das kann nicht wahr sein, dass er jetzt da so gut drauf ist und dann hat er doch wieder ein bisschen ein Tief, aber er hat gewusst, okay, wenn der Schmerz so bleibt, dann werden wir das irgendwie ins Ziel schaffen vor der Cut-Off-Zeit, das haben wir immer gewusst. Das war ja auch im Endeffekt unser einziges Ziel, weil wir die fünf Punkte haben wollen für den OTMP. Da haben wir gewusst, bergauf müssen wir halt ein bisschen auf ihn warten oder ein bisschen auf ihn schauen, weil solange es relativ gleichmäßig war, so vor Straße oder halt nicht ganz so technisch, war es ja auch nicht ganz so schlimm, wie wenn es halt sehr unregelmäßig von den Schritten her war. Da war halt das Halten das Schlimmste. Ja, vor allem wenn er den Fuß weit hochheben hat müssen, aber geradeaus und bergab ist er eigentlich super schnell unterwegs gewesen, also da war ja eigentlich nichts zu sehen. Und kurz nach dieser Laberstation des verfickten Herzsees haben Sie dann auch zum ersten Mal die 85-Kilometer-Läufe und die 110-Kilometer-Läufe getrennt. Genau. Und das haben wir dann auch gemerkt, weil da weitaus weniger Leute dann um uns herum waren. Genau. Und dann ist aber auch nur mehr eine Labestation gewesen. Genau. Das war dann, die Altranzer Alm war dann nur für die 110er und das war aber dann die letzte auch schon. Danach hat es nur so eine Wasserstelle gegeben, aber ja. Und das fand ich halt schon hart, weil von der Altranzer Alm bis ins Ziel waren es dann doch noch mal fast 21 Kilometer. Das quasi ganz am Schluss, ja, Wasserstelle hat es gegeben, aber so wie die Wasserstelle positioniert war, frage ich mich, warum man da nicht auch dann was zum Essen dort hingeben kann. Das habe ich auch nicht verstanden, weil das war eine Forststraße und ein Zeltort, da hätten sie genauso gut was zum Essen hinstellen können. Naja. Aber war so. Ja, auf alle Fälle nach dem Herzsee sind wir ein bisschen dahin gelaufen, dahin gelaufen und wir haben gesagt, ah, da kommt der Anstieg und da kommt der Anstieg und puh, da kommt jetzt der Anstieg und der Anstieg ist einfach nicht gekommen. Genau, weil wir haben gewusst, es sind 6,6 Kilometer oder so, also ungefähr 6 Kilometer bis zum... Nein, 8 Kilometer, oder? Entschuldigung, 8 Kilometer stimmt und 500 Höhenmeter müssen wir quasi rauf. Also es ist ein Unterschied zwischen Herzsee und Altranzer Alm. Genau. Und wir laufen Kilometer um Kilometer und wir bleiben auf Selberhöhe, ein bisschen bergab sogar und so, irgendwas passt so nicht, wir sind noch immer auf 1000 Meter, hm, das ist... Und je weiter wir kommen, desto dunkler haben sich die Wolken zusammengebraut über unserem Kopf und gesagt, okay, wenn wir so weit laufen, ohne dass es bergauf geht, dann kommt das dicke Ende zum Schluss. Und das war, also was für ein dicke Ende das war, also wir sind dann bis, also wir sind dann 5 Kilometer weit gelaufen, waren noch immer auf 1000 Höhenmeter und haben halt fast auf 1500 rauf müssen, das heißt, gibt es nicht, du kannst jetzt, wollen die jetzt von uns in 3 Kilometer oder unter 3 Kilometer 500 Höhenmeter, das ist, das ist schon eine Nummer und dann kommst du da zu dem Punkt, wo du eben rechts zu dem Aufstieg zum Batschakruf abbiegst, da sind zwei nette Damen gesessen, die Streckenposten und die haben uns dann quasi eingeweiht, was da jetzt so auf uns warten wird. Da haben wir auch nochmal Wasser getankt, weil da so ein Brunnen war und die haben uns quasi offenbart, dass da jetzt in den knapp 3 Kilometer, 500, 600 Höhenmeter raufgehen wird. Und dass ein paar Leute hier aufgegeben haben, weil es keinen Bock draufgehabt haben, ja. Weil wir sind da jetzt bei Kilometer 85, 80? Nein, 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 80 ungefähr. Auf alle Fälle, also schon recht weit im Rennen und dann haben wir da raufgeschaut, also durch den Wald, weil es war wirklich, es war im Endeffekt ein Riegel quer durch den Wald. Ich meine, du hättest da, ja, es war halt irgendwie, hast du Spuren gesehen von Menschen, die da rauf sind, aber im Endeffekt freiwillig wärst du nicht aufgegangen. Und es war im Endeffekt gerade rauf. Also es war wirklich schnur, also es war einfach gerade rauf. Ja. Die direkteste Linie quasi. Und es war, von der Steilheit her war es das steilste Stück vom Teufelssteig in der Veitsch, nur halt drei Kilometer lang. Es war auch definitiv das gefühltste, längste steilste Stück, was ich jemals beim Rennen irgendwann in Österreich erlebt habe. Und das war für den Basti richtig schlimm. Ja, das war der Killer für ihn, weil bei der Steilheit hast du dann schon große Schritte machen müssen oder halt Bein hoch anheben, weil sonst war es nicht weitergekommen. Und dann war es halt noch teilweise technischer, steinig, wurzelig, was auch immer. Und für Basti war das richtig hart. Ja, also da hast du auch, er hat vorher gesagt, das war so bei jedem fünften, sechsten Schritt ein Stich im Knie und jeden zwanzigsten Schritt ein starker Stich im Knie und bei jedem zwanzigsten Schritt hast du auch von hinten irgendwo gehört so Oh! Da hat man gemerkt, das ist jetzt wohl nicht so sein Lieblingsstück. Voll. Ich meine, mir ist da eigentlich relativ gut gegangen. Da habe ich, ich hätte ihn schon schneller rauf können. Also ich habe, ich stehe ja generell auf diese Anstiege, wo man dann mit den Stecken arbeiten muss und sich da so raufarbeitet und wenn man da so ein bisschen in einen Rhythmus reinkommt, das ist ja genau meins. Beim KUT haben wir damals geredet, dieser erste lange Anstieg mit 1000 Höhenmeter. Wenn es da so, nur du und deinen Kopf da so rauf, das ist, das taucht mir dann wieder. Da hast du dann deinen Lokomotiven Modus und dann geht's los. Ja. Ja, und den Steffen ist hier dann auch schon nicht mehr so toll gegangen. Der hat einfach zu wenig zu sich genommen. Ja, glaube ich auch. Aber sonst ist es nämlich eigentlich bei ihm gut gegangen, aber da hat man gemerkt, er ist nicht mehr ganz so prickelnd unterwegs. Aber wir sind irgendwann auf dieser Altranser Alm angekommen, auf 1500 Höhenmeter und dort haben wir uns nochmal hingesetzt und haben nochmal gegessen und kurz Pause gemacht. Ja, und der Basti hat da schon sehr gelitten, haben wir ihm versorgt mit Salz und Trinken und so weiter und so fort. Wir haben wieder mit allen anderen getratscht. Ein Schweizer hat es total cool gefunden, dass wir zu viert laufen und gesagt hat, das ist so süß, dass eine große Gruppe einen langen Ultra läuft, die dem selbes Tempo überhaupt gehen können und da haben wir uns noch unterhalten. Und wieder, wie das halt bei jeder größeren Labe so ist, haben wir dort viel Zeit verbracht, vergleichsweise zu den anderen. Nur haben wir da nicht großartig Plätze verloren, weil es waren halt nicht mehr viele Leute da, da sind ja schon einige ausgestiegen und dann haben wir uns schön langsam auf den Weg nach ganz oben gemacht, weil wir haben gewusst, wir sind jetzt ab 1500, es sind jetzt bis zur Wasserstelle wieder, ich glaube, zwölf Kilometer oder so, aber das ist schon beim Downhill, das heißt, der Uphill wird jetzt nochmal ähnlich resch werden, wie der vorherige war. und das war er dann auch, also wir sind aus der Alm raus, da ist es ein bisschen so hin und her gegangen und leicht aufwärts, das war alles okay und dann haben wir gesagt, okay, ja, wir sind auf 1700 Höhenmeter und das geht so und dann sind wir wieder so ein bisschen dahin gelaufen, ohne viel Anstieg und da habe ich gedacht, hm, die werden doch nicht sowas noch ein zweites Mal machen. Denkst du? Doch, machen sie. und plötzlich bei 1800 Höhenmetern stehst du wieder vor einer Wand und musst wieder 300 oder 400 Höhenmeter rauf, ähnlich, nur dann halt schon quasi an der Baumgrenze oder drüber im Felsen, das war dann nochmal spannend. Obwohl, wir sind ja da nach Beingen zu einer Hütte vorbeigekommen und dann war es ja am Anfang eher so ein Forstweg. Genau, also vorher war es eigentlich nett. Genau, und da war es ja richtig geil, da bin ich ein bisschen vor, ich habe dich hinten immer nur Musik hören hören, weil du mitgesungen hast, sodass man es gehört hat, da sind wir ja beide dann, glaube ich, in einen ganz guten Rhythmus reingekommen, der Bass ein bisschen dahinter, gelitten und der Steffen war auch schon leicht demotiviert noch ein bisschen weiter hinten. Genau, und dann ist eben dieser letzte Anstieg raufgekommen und da habe ich halt gewusst, okay, 300 Höhenmeter noch, das sind jetzt noch zwei, drei Kilometer, dann sind wir ganz oben, da ist bei mir im Kopf auch so wieder gekommen, so, hey, geil, gleich bist du ganz oben, dann geht es nur mehr bergab, alles super und dann haben wir halt den Zug ein bisschen umgedreht und dann habe ich halt vorausgestapft und dann sind wir halt zu viert da drauf getackelt. Und am Schluss ist mir dann aber auch schon ein bisschen am Nerven, da war es dann sehr steinig und da hast du mir gedacht, ah, der nächste Kupfer ist dann ganz oben und dann kommst du raus, der nächste, ah, na, einer noch, ah, der nächste und das geht dann gefühlt ein paar Mal so und dann verlierst du irgendwann auch die Motivation. Ich habe das geil gefunden. Und irgendwann ist mir aufgefallen, das habe ich dann später realisiert, irgendwann hat der Steffen jetzt gefragt, wie weit es noch rauf ist und du hast gemeint, es sind noch 200 Höhenmeter, also 200 Meter sind es noch und er warst 200 Höhenmeter oder 200 Meter, du hast gemeint, nein, 200 Meter, weil es sind noch 200 Höhenmeter und so steil wie es ist, kann das nicht länger sein. Ich habe im ersten Moment überhaupt nichts dabei gedacht und habe das einfach als, ja, macht dir irgendwie Sinn und da habe ich schon überlegt, wenn du 200 Höhenmeter in 200 Metern machst, das kann nur gehen, wenn die Wand senkrecht ist und senkrecht war sie nicht. Aber als ich das realisiert habe und immer gedacht habe, ich spiele Klugscheiß und sagt er das, passt mir schon zu weit weg und ich hatte die Energie nicht, dich zu berichtigen. Aber fühle dich hiermit offiziell berichtigt. Ich fühle mich berichtigt. Rechnen und Laufen sind echt keine gute Kombination. Das habe ich mir gedacht. Ja. Aber ich muss sagen, wir sind dann, irgendwann waren wir dann wirklich ganz oben. Genau. Auch der Steffen war ganz oben und dann bist du ja oben an dem, an Patschakowel so ein bisschen entlang gelaufen. Es waren sicher auch ein, zwei Kilometer. Ja, das ist den Zirbenweg entlang. Da sind wir dann oben entlang gelaufen und dann haben wir gesagt, okay, bergab hat der Basti die ganze Zeit von einer Alm geredet, wo er gesagt hat, ah, dort möchte er unbedingt einen Radler trinken. und dann haben wir gesagt, okay, wenn euch beiden geht es ziemlich mittelprächtig, bergab ist es schwierig, wenn man bremsen muss, weil dann tut da die vier Snowmeer weh. Und dann haben wir gesagt, okay, wir lassen es laufen und spätestens dort warten wir wieder zusammen. Und ja, das haben wir dann auch gemacht. Und ich muss aber sagen, der Teil quasi bis zum, der Zirbenweg Teil bis zum Traunyde war aber landschaftlich dann im Endeffekt der Schönste. Das war das einzige Mal, wo wir wirklich Bergpanorama hatten. Und der war echt schön. Also der war echt schön. Wirklich schön. Der war wirklich schön. Und dann halt runter wieder durch, über Steine, da war es halt ziemlich steil dazwischen. Ja. Und ich war, ich war am Anfang ein bisschen vorm Steffen und haben mir gedacht, ich rolle halt einmal hin und schaue, wie ich rauskomme. Habe aber dann relativ schnell gemerkt, dass ich jetzt nicht so viel schneller bin als er, wenn überhaupt. Und irgendwie hatte ich dann aber auch keinen Bock quasi das alleine zu bewältigen. Und irgendwie haben wir uns dann einfach gesagt, dann machen wir halt das, wir zwei bilden quasi die Nachhut, das Langsame Team und ihr zwei seid Team Downhill quasi. Und wir sind dann darunter, zu übernermaßen wirklich nicht wirklich schnell, aber halt konstant und so wie es quasi dann für uns gepasst hat. und da haben wir dann auch schon realisiert, dass wir halt weit, also komfortabel vor der Cut-Off sind und ob wir jetzt dann quasi eine halbe Stunde später oder früher kommen, war uns wurscht, wie im Guste trinkst du und dann Radler. Das heißt, wenn wir jetzt zehn Minuten, fünf Minuten früher dort sind, ist es auch wurscht, weil Radler müsst trotzdem noch raus trinken. Genau. haben uns halt auch echt keinen Stress gemacht. Wenn es jetzt noch irgendwas gegangen wäre oder so, hätten wir vielleicht mehr drauf gedrückt, aber so sind wir einfach runter, wollten dann auch einfach uns auch nicht mehr wehtun, weil es waren dann teilweise wirklich steil und wir sind halt beide wirklich keine Downhill-Spezialisten, Downhill-Spezialisten, haben uns beide dieses Jahr schon ordentlich den Knöchel ungeknickt und den Knöchel gehabt. Somit war das sicher noch ein bisschen mehr Vorsicht als üblicherweise da und haben euch dann auf der Hütte getroffen. Genau, bei der Lansalm haben wir kurz eingekehrt. Die Wirtin hat uns einen Radler gegeben, dann sollt ihr kommen, wenn wir quasi fast fertig waren, dann haben wir auch hier noch Cola getrunken. Ja, und dann ab zum Final Downhill quasi bis ins Ziel. Da haben wir gesagt, machen wir das gleiche nochmal und spätestens im Ziel Wort mal. Da war grundsätzlich aus unserer Sicht ähnliches Bild. Wir haben euch nicht lang gesehen, ihr seid dann relativ schnell davon. Du hast angekündigt, du bist sowieso in einer Stunde unten. Das habe ich eigentlich bezweifelt. Ich habe gemeint, wir brauchen sicher dann erst direkt eine Stunde, 20, ich habe gemeint, rechne noch ein bisschen was drauf. In meinem Kopf hatte ich irgendwie eine Stunde, 40 und so viel war es dann im Endeffekt auch. Ja, ja. Wenn unten raus war es nicht mehr wirklich spektakulär, sie haben uns wirklich querfeldwald geschickt, also da wäre eine Forststraße gewesen, aber sie haben immer den kürzesten Weg darunter genommen. Ja, ein, zwei Mal nicht, vielleicht ganz geil ist, aber ich habe es ganz cool gefunden, aber ich glaube, nicht jeder hat das am Ende so lässig gefunden. Ich habe das dann unnötig, weil es war teilweise dann wirklich steil und ich weiß nicht, mit über 90 Kilometern in den Beinen, wenn ich den Weg sehe daneben und ich sehe, wie er die Kurve macht, muss ich dann dadurch... Naja, ist ja schneller. Naja, ich war schneller gewesen, wenn ich rundherum gelaufen war. Wie gesagt, ich habe es geil gefunden. Ja, das habe ich mir fast gedacht. Dass du das geil findest, traue ich mir wirklich gedacht. Ja, also mir hat das nochmal alles gegeben, weil unten raus dann, ja, diese letzten drei, vier Kilometer durch diesen, durch dieses Moor durch und durch diesen Wald und dann, das war halt, ja, es war halt auch da. Gut, aber das ist halt immer die Passagen, die du brauchst, damit du halt vom Berg wieder irgendwo hinkommst, wo ein Zielelauf Sinn macht oder halt auch am Anfang, dass du irgendwo zu am Berg kommst und die Kilometer kommst nicht, die hast einfach, weil sonst, sonst müsstest du dich beamen lassen zum Berg. Weißt du, was ich meine? Ja, es war schon klar, warum sie da sind, aber es war halt so, ja, und dann haben wir dort nochmal 50 Meter Anstieg und da hast du gedacht, ja, wenn es sein muss, dann machen wir den halt auch noch und dort war dann das erste Mal so, hey, ich habe jetzt auch 100 Kilometer geschafft und dann die letzten drei bis zum Ziel, dann haben wir gesagt, wir warten zusammen, haben dann einen Streckenposten uns hergeangelt, der Basti und ich, haben gesagt, du, da drinnen, bei der Expo gibt es Bier, aber wir können nicht rein, weil sonst müssen wir durchs Ziel laufen, kannst du uns ans holen und der hat uns dann ein Bier geholt, wir haben ein Bier trunken, dann sollt ihr daherkommen und dann sind wir gemeinsam ins Ziel. Genau, da war ich dann auch schon ziemlich am Ende meiner Kräfte geistig und, und mehr geistig als körperlich, ich meine, die Oberschenkel haben wir schon schon ganz gut, ganz gut weh dann, aber da habe ich auch dann nach dem Zielanlauf, glaube ich, zehn Minuten lang nichts reden können, weil ich das, das emotionales Mal verdauen musste, dass quasi ein Tief von, von Kilometer 0 bis 50 und dann irgendwie halt von 80 nochmal bis 100 oder so, wo es dann halt auch anstrengend war und generell die Phase nicht mehr ganz so lustig ist wie jetzt da, wenn es da halt super gut geht. Du hast meine Tiefs einfach mitgemacht. Ja, du hast nämlich keins gehabt, du Arsch. Das ist richtig. Das ist sowieso die größte Frechheit. Lauft seinen ersten 100 und hat kein einzig wirkliches Tief. Ich begreife das bis heute noch nicht. Ich auch nicht. Die René, die hat gesagt, du hast dich ja nur angefressen, als ihm Peter so gut gegangen ist. Natürlich war ich angefressen, als ihm Peter so gut gegangen ist. Dann nimmt man mit, damit es im Dreck geht und damit man über ihn lachen kann. Und was ist? Er lacht über einen selbst. Das gehört sich so nicht. Ich muss sagen, ich habe wirklich super viel Spaß gehabt. Ich habe nachher noch meine Daten ausgewertet. Ich meine, die Uhr ist leider bei Kilometer 97 eingegangen. Akkumäßig. Ein bisschen bitter. Aber ich habe einen Durchschnittspuls von 129 gehabt oder irgendwas in die Richtung. Und ich glaube, das war mit der Grund, dass ich einen relativ niedrigen Puls gehabt habe, viel gegessen habe und quasi nie in so eine Erschöpfung eingekommen bin, wo ich dann ein Problem gekriegt hätte. Das war, glaube ich, einer der Hauptgründe. Und weißt du zum Unterschied, du sonst vielleicht auch einmal ein bisschen spezifischer trainiert hast, darfst du auch nicht vergessen, du bist relativ viel Höhemittag gelaufen, immer in Kärnten und die 80 Kilometer um Antobradsch herum. Du hast schon, wenn ich mir überlege, was du dann teilweise letztes Jahr für die Fights trainiert hast, war das schon noch spezifischer. Und halt auch, du hast vielleicht auch weniger Sachen gemacht, dass du nach dem Vortrag 50 Kilometer mit dem Radlisch irgendwie abgeschossen hast. Das mag sein. Das Mal habe ich nämlich die ganze Woche davor nichts gemacht, nämlich gar nichts. Außer drei Biertrunden. Super, Kompensation wirkt einfach. Ja, trinken und wenig trainieren beziehungsweise eigentlich dann trainieren und Dinge machen, wenn einem wer andere sagt, du, wir laufen dorthin. Super. Super. Mein Trainingslehre geht auf. Wir haben eh schon alle des Öfteren unseren Hut vor dir gezogen und ich tue es virtuell nochmal. War wirklich eine ganz starke Leistung. Ja, danke. Danke und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ich habe mir schon angeschaut, wann der Mozart ist. Ich glaube, den müssen wir machen. Du bist angefixt also. Ja, natürlich. Ich glaube, ich möchte noch einmal ungefähr so wie den laufen und schauen, ob das eine Tagesform war oder ob ich in dem Tempobereich wirklich das machen kann. Weil ich habe bis heute keine Muskelschmerzen gehabt. Ich habe kein Problem beim Gehen gehabt. Es war alles super. Ich war nicht müde. Ich hätte danach noch ein paar Kilometer weitermachen können. Ich war nicht einmal im Kopf müde. Ich war noch bis 11 Uhr wach. Da haben alle anderen schon eingeschlafen. Das möchte ich noch einmal ausprobieren, ob das in dem Tempobereich geht. Und wenn das ein zweites Mal geht, dann würde ich es gerne einmal ausprobieren, wie schnell es geht. Oder was geht. Viel Spaß dabei. Es gibt, ich meine, es gibt so Tage, welche brauchst du so, keine Ahnung, wo die ersten 100 Kilometer war ein ähnliches Gefühl. So wie du das jetzt sagst. Da geht einfach alles. Ja. Das würde ich echt gerne noch einmal testen. War es ein One-Hit-Wander? im Kopf? Oder ist es was, wo ich sage, okay, dieses Tempo geht bei mir lange. Musst du eh schauen. Musst du eh schauen. Ja, vielleicht geht es eher der Wien rund um ein Dumm dieses Jahr noch. Oder schauen wir mal. Übermut. Natürlich. Was dachtest du? Wenn der überhaupt stattfindet, das ist ja nämlich das Nächste. Richtig, das wissen wir noch nicht. Aber wir wollten unbedingt noch etwas zu zwei Dingen sagen. Erstens, die Siegerzeit 10,57. Das ist ein 58er Schnitt, sage ich nur. Nicht ganz normal. Ich sage dir nichts mehr dazu. Ich auch nicht, weil der zweite war eine Stunde dahinter und der dritte wieder eine Stunde. Also, holy moly, die Dropout-Quote war relativ hoch, weil es waren von 240 Startern, glaube ich, sind nur 140 durchgekommen. Wir sind dann so 84. oder sowas geworden, oder? Ja, wenn man so zusammenrechnet, also ich habe gerade vorher gesehen, 38. in der Altersklasse und du bist, glaube ich, 40. in der Altersklasse oder 39. Also, nachdem wir ja gleichzeitig ins Ziel gekommen sind. Also, sprich, ja, mein 38 mit einer Durchschnitts-Pace von 10, 17, was okay ist. Alles okay. Ja, und zur Organisation. Also, die haben dieses Konzept wirklich durchgezogen, haben es richtig gut organisiert, muss ich sagen. Die Beschilderung war top. Es waren vielleicht ein, zwei Fähnchen auf 100 Kilometer, wo man gesagt hat, ach, da hätten sie vielleicht noch Fähnchen hinhängen können. Aber sonst, super. Das ist vernachlässigbar. Und sie haben ja auch, du musstest so einen Falt, nicht nur einen Faltbecher, sondern auch so einen Falteller mitnehmen, weil, in der Labestation davor war immer Desinfektionsmittel, dass du auf die Hände desinfizieren musstest und dann hast du diesen Teller quasi genommen, hingestellt, hast der oder die netten Labedame oder Herr gesagt, was du haben willst, der hat das reingegeben, das hast du genommen und dann hast du aus dem herausessen müssen. Und das natürlich, erstens hat das wunderbar funktioniert und zweitens war das quasi gefühlt extrem angenehm, weil du hast halt einen Haufen Essen in dieses Ding getan. Du hast uns ja vorher noch vom Fressnapf oder so quasi diese Hundenäpfe geholt, Hundenäpfe besorgt. Das heißt, es war auch relativ groß und das hast du genommen, hast dich dann in den Schatten gesetzt und hast aus dem herausgegessen. Also das war, ich muss ehrlich sagen, das kann man sich überlegen für Nicht-Corona oder wenn es dann hoffentlich irgendwann vorbei ist, das beizubehalten, weil das hat wirklich gut funktioniert. Also ich würde das bei jedem, also ich habe einen anderen Napf gehabt, nämlich so ein, ja, was ist denn das, aus irgendeinem Stoff, den habe ich zusammenwurzeln können und in den Faltbecher reinstecken und ich würde das bei jedem Lauf mitnehmen, weil es einfach angenehm ist, dass du dir das Zeug holst, nicht irgendwie von wem bedrängt wirst, die irgendwo anders hinsetzt oder hinstellst, isst, ohne dass da was abgefällt, weil es sieben Sachen in der Hand ist, sondern mit nur zwei an Becher und an Teller und fertig. Also ich habe das cool gefunden und bei den Laben waren sie auch super organisiert mit diesen, mit Handschuhen, mit Face Shield, mit, dass sie sich um die gekümmert haben, also war echt top, also Organisation, 10 von 10 Punkten. Und ich, du hast wahrscheinlich recht, wenn man sowas in Zukunft nochmal macht, ist wahrscheinlich dein Setup besser, weil man quasi dann den Teller in den Becher reingeben kann. Ansonsten nimmt der halt, wenn du halt noch mehr restiges Equipment brauchst, nimmt das, was wir gehabt haben, dann doch relativ viel Platz weg. Ja, es ist ein mittelgroßer Frisbee quasi, das du mitträgst. Ja, genau. Und einen dritten Punkt, oder hast du noch was zu Orga zu sagen? Nein, Orga war cool. Einen letzten Punkt und damit wollen wir beenden mit der Geschichte des IATFs. Oh ja. Der Geschichte. Wir haben erzählt, dass der Steffen bei Kilometer 49 beim Höttinger Bild ja verärgert war, weil er sein Dropback nicht gefunden hat und hat aber dann ohne Probleme gefinisht und ja, war dann im Ziel. Wir haben es nur hingesetzt, alkoholfreie Bier getrunken und irgendwann haben wir gesagt, wir gehen jetzt, aber wir holen noch unsere Dropbacks zumindest ab und er kann ja mal dort schauen, ob er vielleicht noch dort ist, weil es war irgendwie ein Akkupack drinnen und Zeug, das halt was kostet und das man halt nicht unbedingt verlieren will. Und wir gehen dann hin und plötzlich hält er sein Dropback in der Hand. aber anstatt das Grün war, war es durchsichtig. Und mit den Worten ich bin ein Depp und einem Gesichtsausdruck, der göttlich war, den wir leider nicht auf Film haben, weil es war großartig. Er dürfte sich halt dann im letzten Moment oder so halt entschieden haben, nein, er gibt die Sache nicht ins grüne Sackerl, sondern er gibt in ein durchsichtiges Sackerl rein. Und natürlich, wenn du dann die ganze Labestation verrückt machst nach einem grünen Sackerl, dann fällt natürlich das durchsichtiges Sackerl auch nicht auf und so hat er dann sein Dropback dann doch noch mit nach Hause genommen. Das Schöne daran ist, dass das nicht gefundene grüne Dropback hat ihn aber mehrfach auf dem Weg, auf den Patscherkofel motiviert, weil jedes Mal, wenn er ein bisschen schlecht bei Laune war, haben wir ihn an den Dropback erinnert und plötzlich war er ein bisschen Aggressionsenergie wieder da. Und ganz oben, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, ganz oben auf diesem Zirbenweg ist uns eine Dame entgegengekommen, die Schwammertlglauben war und die hat ein grünes Sackerl gehabt und wir haben zum Stäben gesagt, schau mal, der hat deinen Dropback. Das letzte Mal Das war sehr schön. Ja, da haben wir viel gelacht und das haben wir dann alle vier haben wir das dann zur Geschichte des Laufes erkoren. Ja. Das kann einfach nicht, das ist einfach nicht normal, dass da so etwas passiert. Das ist richtig, aber es war ein super, super, super schöner Lauf, also zumindest behaupte ich das. Ja. Ich muss sagen, summa summarum fand ich es auch cool. Es war halt im Gegensatz zu den frühen Läufen, wo halt viel Euphorie da war und viel dieses, es war halt diesmal ein Kampf für mich persönlich jetzt und ein Krampf und das aber dann trotzdem noch durchgezogen zu haben und sich da aus diesem Tal da irgendwie wieder rausgearbeitet zu haben, dann diesen echt harten Anstieg an Patschakofel bewältigt zu haben, hat mich dann schon stolz gemacht, aber halt auf eine andere Art als vielleicht bei den Vergangenen. Ja, aber ich glaube, das sollte dich auch stolz machen, weil aufgeben hätte ja jeder können. Richtig, richtig. Gut. Hervorragend. Dann haben wir es. Es hat mich sehr gefreut. Mich auch. Es war so schön. Ich mache jetzt nochmal ein bisschen Laufbaus und lege einmal die Füße ein bisschen hoch. Ich mache quasi einen Peter. Ich wollte gerade sagen, willkommen in meiner Trainingswelt. Sehr gut. Gut. Passt. Na dann. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Servus. Habt euch lieb. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.